herzlich willkommen auf den kanals und heute spielen wir wieder wie ihr sehen könnt eine runde asphalt legend wir haben natürlich wie ihr sehen könnt schon unsere arti bereit zum rennen fahren wir sollen gewinnen das rennen für 30 grad drehungen durch zwei stück und schock gut mal gucken ob das möglich ist hinzukommen ich denke mal schon hey so Schocken, ey. Okay, okay, okay. Du, keine Ahnung, was du... Was ist denn denn nicht so schocken, ey? Ich weiß nicht, was denn... Hm. Egal. Ich hoffe mal, ich habe genug, um weiterzumachen. Weil sonst muss ich tatsächlich noch irgendwie gucken, dass ich es klingt. Hupala. Hm. Fertig. Geil, wir sind ja besinnen. Ja, Black Friday, okay, schön. Hm, 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 hm. Oha, funktioniert sogar. Hm, drei Blaupausen. Okay. Ende das Rennen. Ja, gut, ich brauche trotzdem... Ja, gut, ich muss trotzdem immer bei jedem Level 3 haben, weil sonst kann ich gar nicht weitermachen. Gut, wir machen jetzt aber erstmal das hier. Let's go. Wir haben sogar einen Stern. Aha. Ende das Rennen. Also ich soll nur das Rennen wenden. Okay, das ist ja einfach. Schottland. Mhm. Okay. Let's go. Drei, zwei, eins, und go. Wow. Einfach nur das Rennen wenden. Okay. Mhm, mhm, mhm. Ja, ja, ja. Da will ich nämlich die Zeit hier. Da will ich nämlich die Zeit hier. Oh, ich bin übeltschnell. Ich bin eh mal... Ihr könnt ja gerne mal in den Kommentar schreiben, ob es bei uns... Äh, bei uns... Ob es bei euch schon geschmeißt hat, bei uns oder nicht. Es soll angeblich heute Nacht schneiden, äh, um 22 Uhr, bis 3 Uhr Nacht. Ähm, das würde auch nicht stimmen. Ähm, zugezwungen. Auf jeden Fall steht es anscheinend zu 90% klar, dass es so sein soll. Ähm, ja. Keine Art. So. Bam. Acht Sekunden da. Na, eine Minute und 16 ist immer. Okay. Weiter. Ja, heute kommt übrigens um 20 Uhr ein Minecraft-Insel-Video. Ja. Ich glaube, wir brauchen jetzt noch mehr. Jetzt tatsächlich... Ja. Wir müssen jetzt tatsächlich wieder hier irgendwie diese Schockwellen, ähm, machen. Ich hatte diese Aufgabe schon mal und wusste nicht, was das ist. Das heißt, es könnte jetzt ein bisschen problematisch werden. Das sind Schockwellen. Die anderen zwei müssen wir nicht mehr machen. Ich muss nur gucken, wie diese Schockwellen funktionieren. Ähm, und ja. Und ich wundern, ich esse grad ein bisschen was. Ähm, ja. Das ist dann wieder genau das selbe. Ah, ich weiß, glaube ich, was die Schockwellen sind. So, ich glaube, tatsächlich, man muss bis nach ganz vorne. So, jetzt. Ja, das. Okay. 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 Und nochmal. Perfekt. So, dann mach ich hier auch nochmal einmal. Win wieder. So. Und fertig. Okay. Perfekt. Perfekt ist das Ziel beendet. Nice. Hm, weiter. Verzichten, ja. Ja. Gut. Jetzt habe ich nämlich auch hier. Hat es geschafft und können Level 8 machen. Okay. Wir haben ja auf jeden Fall eine A. Passrollen. 90. Mh. Errufen. Elf. Okay. Streckliche Ziele. Einfordern. Ja. Okay. Ungratis Paket. Das ist geil. Ja. Öffnen wir mal. Okay. Für einen 9-11-GTS-Coupé. Mhm. 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 Okay. Firefight. Geben das Rennen. Ja. Sollte auch machbar sein. Okay. Let's go. 30 Grad nur. Das ist ja voll die kurze Strecke. Egal. Let's go. Rennen. Ich will die Binde losrennen. Mhm. Zwei. Eins. Null. Wohin. 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 Das wird jetzt schwer. Weil. Das nicht lange geht. Oh. Ja. Ich kann schon direkt neu starten. Tatsächlich. Okay. Kann man nicht. Ja. Ich schaff das nicht. Okay. Wie darf. War jetzt tatsächlich ein Fehler. Äh. Weiter. Weiter. Na gut. Muss ich nochmal neu machen. Hm. Nochmal. Ne. Ne. Bei dem Auto gar nicht. Gar nicht. Was hab ich eben gerade. Okay. Komm. Jetzt aber. Jetzt muss ich gewinnen. Weil sonst wär's kacke. Eins. Und. Wo. Oh. Nein. 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 Bist du nicht. Es wird nein. Nein. Boh. jetzt könnte es ja am easy geschafft 29 sekunden let's go wie viel jetzt kriegen wir 3000 ja das ist auch geil weiter der leuchtturm einmal einlösen ok leuchtturm und weiter das rennen perfektes nitro und schockwellen ist klar wie groß ist ihm jetzt kann sie sehen wo wieder am forsch ich nehme jetzt meinen meinen nitro benutze ich jetzt nicht oh ja 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 was ist denn bei denen am aufgabe geschafft vor dem ziel sogar jetzt go drei aufgaben geschafft weiter geht's ja leute wie wir das machen wird in der nächsten folge wenn euch das video gefallen hat lasst gerne liken abo und kommentare schaut aus dem augmente selber vorbei der ist unten in der bildschrank verlinkt aktiviert glocke damit ihr keinem mehr verpasst hat ein traumhaft tag haut rein und euer sandow